Habt ihr auch den ganzen Tag nur rum gesessen? Zeit uns mal ein bisschen zu bewegen. So, wir wollen ein bisschen unsere Schulter mobilisieren. Dazu braucht ihr keine Geräte, sondern nur euren Körper, gute Laune und dann können wir schon loslegen. Wir stellen uns den Schulterbreitenstand hin, gehen locker in die Knie, denkt daran, immer schön den Rücken gerade halten, das ist ganz wichtig und wir fangen an und mobilisieren unsere Schultern und kreisen schön nach hinten und kreisen, genau so, ein bisschen, jawohl, sehr schön. Und wir wechseln in die andere Richtung und kreisen vorwärts, sehr schön, genau so, denkt immer an den Rücken, lockert euch noch ein bisschen aus und wir nehmen den rechten Arm und ziehen den rechten Arm schön lang und haltet, denkt immer an euren Rücken, jawohl. Und noch ein bisschen, sehr schön, Achtung und wir lösen. Dasselbe machen wir mit unserem linken Arm, linken Arm hoch, linkes Handgelenk greifen und wir ziehen die Schultern lang, neigt euer Körper ruhig ein bisschen auf die Seite, halten, noch ein bisschen, sehr schön und wir lösen wieder, lockert euch mal ein bisschen auf. Jetzt nehmen wir den rechten Arm und gehen aufs linke Schulterblatt und mit der linken Hand nehmen wir unseren Ellenbogen und ziehen auch ein bisschen hier so auf die Seite und dann merken wir, wie es rechts zieht von der Schulter für die Seite und halten, genau so, noch ein bisschen halten, jawohl, genau so und lösen langsam wieder auf, lassen die Arme wieder lockern und machen das selbe mit dem linken Arm, linken Arm rüber, Arm Ellenbogen und wieder ziehen, noch die Seite, genau so, sehr schön und wir fangen jetzt wieder an zu lösen und lassen die Arme wieder fallen, lockern ein bisschen auf und wir machen die Arme nach hinten, öffnet schön euren Brustkorb, ein bisschen halten, sehr gut und wir nehmen den rechten Arm nach vorne, mit der linken Hand gehen wir in unseren Ellenbogen und drücken unseren rechten Arm an den Körper. sehr schön und wir lösen und wir wechseln den anderen Arm, rechte Hand an den linken Ellenbogen und zieht den Oberarm an den Körper, halten, jawohl, und wir lösen, sehr schön. Jetzt wollen wir noch ein bisschen was tun, um unsere Schultern zu stärken. Dazu nehmen wir die Hände nach vorne und wir fangen an, ziehen langsam die Arme auseinander, noch ein bisschen, da geht noch was, noch ein bisschen. Wenn die Arme anfangen zu zittern, ja, jetzt seid ihr da und jetzt halt, genau so, halten, noch ein bisschen halten, gleich habt ihr es geschafft und wir lösen langsam wieder auf und lassen die Arme fallen. Jetzt noch einmal rückwärts, Hände nach hinten greifen, Arme ein bisschen hoch und auch hier jetzt und ziehen und noch ein bisschen ziehen. Noch mehr, 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 ja, 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 und jetzt genau da, halten, halten, gleich können wir wieder lösen, noch ein bisschen halten, noch ein bisschen, sehr, sehr schön. Und wir lösen langsam wieder auf. Lockert euch ein bisschen auf, lasst euch ein bisschen nach vorne fallen, jawohl, sehr schön. Und wir richten uns langsam wieder auf. Okay, vielen, vielen Dank, wir haben unsere Schultern ein bisschen mobilisiert und jetzt können wir wieder weiter. Bis zum nächsten. Bis zum nächsten Mal.